abstrakte kunst kann man natürlich auch mit keramik machen und ich zeige euch wie ich das gemacht habe man braucht dazu eigentlich nur ein bild aus einer zeitung aus einem katalog oder wie auch immer um wenigstens eine proportion darzustellen hier sieht man das die schneide ich jetzt einfach nur aus damit man ein modell hat es ist egal wie die dame aussieht weil ihr seht ja hinterher sieht dann völlig anders aus das nur dass man so ungefähr eine richtung hat dass man das machen kann und daraus mache ich jetzt eine schablone das habe ich jetzt gemacht die lege ich jetzt zwei mal auf die platte die ich ausgerollt habe aus ton und schneide die zwei mal diese dame aus und diese zwei teile muss man natürlich wieder verbinden und damit die noch ein bisschen nicht nur so platt ist das ist einfach nur so ist sie einfach nur eine platte auch wenn ich jetzt die zwei übereinander lege da kommt noch ein bisschen papier dazwischen damit wir eine kleine wölbung haben eine damit da eine struktur entsteht sozusagen ich arbeite immer sehr viel mit papier das kann man da drin lassen das kann man mit brennen und da passiert überhaupt nichts seht ihr das da habe ich das einfach nur drin gelassen und dann wird es zusammengedrückt zusammengeschweißt und sag ich jetzt mal nein also mit schlicker wieder verbunden miteinander damit das natürlich hält klaro und dann ist das teil schon so gut wie fertig ich habe dann noch so ein paar proportionen reingemacht weil ich das dann halt so brauche noch für die optik noch ein bisschen busen und hatte glaube ich einen leichten arm ansatz habe ich noch gemacht weil das so leicht eingedrückt war dieser ton das kann man dann wirklich bei der modernen abstrakten für sich entscheiden ob man da jetzt noch ein dreieck drauf klebt oder am kopf noch ein hut drauf setzt also somit hat das ist das sehr individuell finde ich und das hat auch was absolut ist eine schöne kleine einfache skulptur die durch seine individualität dann lebt dann darf diese figur wenn sie jetzt fertig ist trocknen das dauert bei dieser kleinen figur nicht so sehr lange drei bis vier tage und dann muss sie noch einmal gebrannt erst einmal gebrannt werden man nennt das dann den sogenannten schrühbrand den macht man als erstes und wenn ich dann den ersten brand gemacht habe bei 59 grad dann kann ich sie einmal und das mache ich jetzt ich arbeite mit engoben engob ist ein gemisch aus ton aus flüssigem ton mit farbkörpern farbkörpern sind chemische elemente wie kobalt zum beispiel zinn zink alles mögliche das wird in verschiedenen kombinationen miteinander gemischt und so entstehen diese farben hier zeige ich wie ich das vorgezeichnet habe dass ungefähr eine richtung habe was für mich ein gesicht sein soll man sieht noch dass da mein papier drin ist das habe ich nicht vorher rausgemacht genau das wird noch entsorgt jetzt und dann wird weiter angemalt bei mir entsteht es einfach ohne ohne was vorher zu planen einfach los machen geraden malen dreiecke malen kreise malen was hervorheben was nicht hervorheben und so entsteht bei mir dieses produkt da kann man jetzt einfach zuschauen da sind gibt es keinen keinen sinn dahinter warum ich das jetzt nun so angemalt habe die inspiration die ist ja schon in der figur da also das moderne das abstrakte sollte da auch noch weiterhin so angemalt werden deswegen wird das nicht angemalt wie wenn ich eine porzellanfigur anmalen würde also von daher deswegen diese verschiedenen farben dieses buntheit das muss dann natürlich rauskommen und ich setze natürlich akzente mit meinem schwarz das brauche ich halt immer dass da mein schwarz dabei ist damit man einen besonderen coolen abstrakten akzent noch dazu hat und so wirkt dann diese figur indem ich dir dann doch noch irgendwie so dreieckige augen an male und die linie miteinander verbinde und ich finde die hat einen kleinen schönen charme dennoch trotz der abstraktheit oder wenn ich dann mit meinem malhorn alles angemalt habe was nicht immer ganz einfach ist weil man muss die farbe da hinausdrücken aus diesem malhorn das sieht ja immer so einfach aus man denkt es ist wie ein filzstift es ist aber nicht so da ist in diesem ball ist die farbe die flüssige farbe drin und die drücke ich da mit meinen zwei mit dem daumen und mit meinen anderen zwei fingern heraus das ist wirklich eine übungssache das ist nicht so ganz einfach auch wenn das hier so leicht aus ist die düse die verstopft sehr gerne die bringt mich manchmal zur weißglut weil man muss dann ein draht immer da haben und das aufstechen diese diese düse das ist manchmal sehr anstrengend aber ihr seht hier läuft die farbe wunderbar und ich kann da meine linien durchweg ziehen habe ich die farbe gut angehört alles klaro und dann wenn die figur fertig ist wird sie noch in farbloser glasur getaucht und dann natürlich nochmal gebrannt diese figur habe ich bei 1120 grad gebrannt somit könnte man sie in den garten stellen wenn man möchte aber sie wirkt an jedem fenster auf jedem schrank in überall dieses bunte etwas ich hoffe euch hat das video gefallen und tschüss bis zum nächsten mal Punkt 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 Vielen Dank.